Hast du deine Kopfhörer weggeschmissen? Mach mal so oder mach sie. Wie kommst du auf, hast du deine Kopfhörer weggeschmissen? Naja, kann sein. Ich bin 3 Level weiter als du, obwohl ich keinen Ball gepasst habe. Das geht auch länger als ich, also halt die Fresse. Ich hab heute erst angefangen zu zocken. Gestern hab ich zwar Update gemacht, aber heute hab ich angefangen. Ich hab angemacht, direkt hab ich mit dir gezockt. Guck mal wie er jetzt über mich lästert. Er macht einfach Kopfhörer raus und lästert über mich. Guck mal wie du über mich gelästert hast. Guck mal wie er über mich lästert, Alter. Er macht Kopfhörer raus und lästert über mich. Über dich lästert jeder, Alter. Sag mal leise. Guck mal rein. Guck mal, ich geh gar nicht. Guck mal wie ich kleckte jetzt. Guck mal wie ich kleckte jetzt. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal rein. Guck mal rein. Guck mal rein. Diese Scheißrunde, um 10 Jahre umzukommen. Hast du alle Häschen oder so? Es sind 30 Sekunden. Das ist die Regel. Was für Regel? Der Haie fass den aus, Alter. Arraschen. Nein. Viel Milch. Ach Junge, nein. Du darfst keine Kräfte machen. Nee, ich wünsche nicht du, wer. Okay, dann helf ich nicht. Die wachen einfach ganz einfach Pillow, ey. Und dann helf ich nicht. Ja, okay, dann schütt, ne? Nein, nein, ich helf, ich helf, ich helf, guck. Ich bin hier jetzt. Tigger, wärst du nicht hier gestorben, du Bot, Alter. Wärst du nicht hier gestorben? Ich bin nicht du. Digger, wärst du nicht hier gestorben, du Bot, Alter. Wärst du nicht hier gestorben? Digger, ich sag doch alle, ich sag. Sag mal, da gab's mal eine Challenge, hm? Was denn? Ähm, ich weiß nicht, ob es vergibt, aber wir machen, so, nach jedem Kill, den man macht, muss man den anderen Loot aufnehmen. Wenn ich so wäre. Ach so, muss. Und dann machen wir ganz schön die Begrüßung. So Leute, heute machen wir eine Challenge. Und... Let's go. Oh, Clickbait, Alter. Was für Clickbait? Wie soll ich Clickbait machen? Ähm... Mach, äh... Ey, wir haben Ihnen noch einen Sack. Wir können schon in die Chapter 2, Season 4 rein. Ja, okay, Leute, ich weiß, dass als nächstes kommt. Ja, ich würde es drinnen lassen. Scheiße. Chicken rain, chicken rain, chicken rain. Ähm, boah, ich hab nur einen Schraubkamp, Alter. Bei der chinesischen Mauer ist jemand. Auf der chinesischen Mauer. So gesagt. Nee. Hab vergessen, wie du auf TikTok heißt, aber egal, ich verlinke einfach. Komm, ich fixe schon, Alter. Ha, 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 ha. Vor allem, wir editieren halt gar nichts. Ha, 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 ha. Das ist einfach der Auto. Juckt mich nicht. Der Auto. Ha, 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 ha. Ich habe meinen YouTube-Kanal den Zocker genannt und auf einmal kamen da Städte, die Agency, die Shark und so. Hab einen, oho! Hab die! Ey, lass mich die Gordla nehmen, bitte. Ne, ich nehm ihn, ne? Du darfst... Ja, nehm ich die Gordla nehmen. Nimm die. Lass mich nicht. Hab ihn. Das war schlecht. Ja, ich hab ihn. Check it away, check it away, check it away. Hab... Hab bis zur letzten Zeit keinen Intro benutzt. Kannst du mir gleich helfen, einen Intro zu machen? So in... Keine Ahnung. In Spielvideo. Das ist jetzt mal ein Kauflabor. Aber dann würde ich so schießen und dann würde ich ihn mit Worldplay, äh, so mit... Wiederholung, so an die Kamera so ranzoomen und dann wird da die Zocker stehen. Will man YouTube-Könner. Naja, okay. So Leute, wir sind jetzt wieder in der nächsten Runde. Und dann... Und dann... Warte und dann. Sprachen, ja? Bubble. Ich hab halt nur Jagdgewehr, du. Ja, ich hab eine Farmer. Schaut mal in die Kommentare, wie ihr die neue Karte findet. Könnt ihr diese Leute, die sagen, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann schreibt Hashtag faul in die Kommentare. Mach das. Wenn ihr mal eins gegen eins gegen mich schon noch sehen wollt, dann... ...lasst mal... ...zwanzig likes da. Hey, bei mir hast du grad einfach deinen Kopf umgedreht. Ich mach das nochmal für euch in Slow-Mo. Mach einfach einen leichten daraus, Alter. Kann ich wirklich machen. Kann nicht. Ich hab keine Materialien. Ich hab einfach keine Materialien. 40 Sekunden. 40 Sekunden. 40 Sekunden. Ich hab keine Macht bekommen. Ja, immer. Ja, ich hab einfach... Hey, war doch für die Tür, oder? Hm. Ich schaff es nicht. Doch, ich schaffe. Noch 20 Sekunden. Richtig, ganz hoch, ganz hoch einfach. Sprayt nach oben. Nimm die Puppe in die Hand, besser. 11 Sekunden nur noch. 11 Sekunden nur noch. Ich hab so abfuckt, Alter. Da oben ist halt gar keine Waffe. Nimm Granaten. Nimm Granaten. Ja. Ja. Erkennst du diesen Trend auf TikTok? Äh... Warum muss ich jetzt mit... ...mit Maske in der Bank reingehen? Früher... Vor zwei Jahren hab ich das gleiche versucht, und da kam Polizei. Kannst du das? Ja. Warte mal, du sollst die Granaten auf die Gegner schmeißen. Super, das war's mit dem Video. Lass einen Like und... ...